dieser bmw 320 ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in dem grauen fünftürer platz der kilometerstand des autos liegt bei unter 23.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2013 die limousine verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer einpack hilfe partikelfilter bluetooth und noch vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 184 ps an ein schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 4,2 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr